Ich mach mal den Fernseher an. Ja, da kommt Superhund. Oh ja, Superhund, das ist eine gute Idee. Ich geh schlafen. Wir auch. Bleib stehen. Vergiss es. Hallo, ist hier die Polizei? Ja, hier ist die Polizei. Was gibt es für ein Problem? Ich möchte ein Verbrechen melden. Ich verfolge gerade den verbrecherlichen Chiemstraße. Okay, wir kommen gleich. Warte auf uns. Polizei, mitkommen. Warum ich? Na, hast du etwa einen Führerschein? Nein, Hilfe, Mami! Wieso hast du uns überfallen? Sag! Weil du adaptiert und schwarz bist. Na und? Was, na und? Schwarze sind immer doof. Das stimmt doch gar nicht. Ich kann schon mit zwölf Autofahren und du, hm? Ja, das konnte ich auch. Vielleicht bist du doch nicht so ein Nichtskönner. Natürlich bin ich kein Nichtskönner. Die Hautfarbe macht ja nicht alles über den Menschen aus, oder? Stimmt. Wir können ja vielleicht mal zusammen Fußball spielen. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja, das ist eine tolle Idee.